Also wir sind hier eine recht große Community mittlerweile, die eben verschiedene Lastenräder hat und da wollten wir einfach mal zeigen, was man alles mit einem Lastenrad transportieren kann. Es war ja am Rosenmontag, wir haben einen Rosenmontagszug oder Umzug in unserem Fall damit gemacht und wir wollten einfach zeigen, wir haben Spaß einfach bei dem, was wir tun. Wir fahren nicht Fahrrad, weil wir es müssen, wir fahren nicht Fahrrad, weil wir uns kein Auto leisten können, wir fahren Fahrrad, weil wir einfach einen riesen Spaß dabei haben und ich glaube, das hat das einfach gezeigt, wir haben es drauf gepackt, wir hatten Leute dabei, die selten danach gesagt haben, boah, so ein Umzug macht Spaß, gerne jederzeit wieder und das hört man, glaube ich, eher selten nach einem Umzug, dass Leute freiwillig sagen, wenn ihr noch mal was machen wollt, sagt Bescheid. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Das war's für heute.